Hallo liebe Zuschauer, einen fröhlichen 9. Dezember. Heute habe ich geschickt bekommen, warte, ultra hab den coolen Scheiß. Das ist so eine Reinigungsmasse. Naja, ich habe Propel gesammelt. Das ist so eine Reinigungsmasse für Ding, für Tastaturen oder Handys, generell kann man reindrücken irgendwo und es angeblich zerstört sogar 99,999% aller Keime und Bakterien und so einen Scheiß. Heute habe ich das letzte Mal etwas lustiges an und zwar folgendes. Ich bin schon wieder ein Rentier, aber mit Ohren irgendwie, keine Ahnung. Heute geht es um den heutigen Community-Abend. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es hat echt Spaß gemacht. Wir haben uns auch dazu entschieden, bzw. ich habe mich entschieden, dass ich das nächste Mal, jetzt nicht direkt den kommenden Abend, aber ich plane etwas, möglichst ein Spiel, wo dann wirklich nur wir unter uns sind, nichts Großes. Also zum Beispiel Garry's Mod und nur wir sind auf dem Server, als nichts wie Counter-Strike oder Battlefield, wo noch ganz viele an. Na, vielleicht aber auch Battlefield. Egal. Und da sind wir dann doch alle im Teamspiel und das wird auch aufgenommen. Das ist dann eine Community-Folge einfach mit euch. Ich hoffe halt, dass es dann nicht so voll ist. Kommt nicht. Doch, kommt. Scheißegal, kommt. Das werde ich aber nochmal separat ankündigen. Ich höre mich nicht. Das ist komisch mit dem Ding. Also Community-Abend hat heute sehr viel Spaß gemacht. Wir haben erst Men in Bomber gespielt und danach Trouble in Terrorist Town. Ultra nice. Die erste Folge davon wird schon diesen Samstag erscheinen. Schreibt bitte nochmal alle, die mitgemacht haben, hier unter dieses Video, das ihr mitgemacht habt, heute beim Community-Abend, damit ich Eure Kanäle auch verlinke. Danke. Noch eine kleine Info zu mir, weil ja immer irgendwelche Infos über mich enthalten sind in den Videos. Ich habe gerne Zettel und Listen. Mache gerne Listen. Bekomme gerne Listen gemacht. Wenn meine Freundin hier ist und sie dann wieder geht, schreibt sie manchmal einen kleinen Zettel, was ich denn noch alles so zu tun habe. Nicht wahr? Wer ist schon? Der Zettel und so. Männer. Ich habe ganz viele Zettel und das Traurige ist, dass halt fast keiner davon irgendwie abgehakt oder abgearbeitet ist, obwohl ich das sehr gerne mache, diese Haar kennen, weil ich halt so frage. Ich verhudel mich, ich verzettel mich, ich verzettel mich in den Zetteln. Ich fange so viel an und dann ist alles... Aber irgendwann kann ich alles abhaken. Okay, vielen Dank. Ciao, ciao.